In Florian Silbereisen-Show, Schlagerstar Erik Filippi erlebt Playback-Banne.Dortmund, am Samstagabend, 21. Oktober 2023, feierte Florian Silbereisen, 42, in seiner ARD-Show Schlagerbohm eine große Schlagersause. Neben Beatrice Egli, 35, Andrea Berg, 57, und Roland Kaiser, 71, war und andere auch Erik Filippi, 26, zu Gast und Bär formte seinen Song Wir Bleiben noch. Im Duett mit Silbereisen und dem österreichischen Entertainer DJ Azi, 52. Der gemeinsame Auftritt brachte allerdings einige Lacher aus dem Publikum hervor, als der Trümpeter sein Musikinstrument benutzte, während er im Playback immer noch zu hören war. Erik Filippi trümpetet bei Schlagerbohm, während er im Playback immer noch singt. Der Partner von Schlagerstar Michelle, 51, die erst am Freitag, 20. Oktober 2023, ihren Abschied aus der Schlagerbranche als Musikerin verkündete, erlebte beim Schlagerbohm einen ziemlich peinlichen Moment. Während er zu seiner Trümpete griff und spielte, war er immer noch im Playback-Gesang zu hören. Die Zuschauer im Publikum konnten sich ihr Lachen nicht verkneifen. Auch in den sozialen Netzwerken wurde die Panne hitzig diskutiert. Oh nein, wie peinlich! Und das ist ja mal Käse, Playback-Panne bei Erik Filippi lauten einige Kommentare. Erik Filippi war bei seinem Auftritt allerdings Profi durch und durch und ließ sich nichts anmerken. Dennoch attestierte ein Zuschauer augenzwinkernd, der Erik kann singen und gleichzeitig trümpeten. Krass! Erik Filippi und Michelle verkündeten im Sommer 2023 ihre Beziehung. Seit April 2023 gehen Erik Filippi und die 51-jährige Michelle gemeinsam durchs Leben. Musikalisch geben sie ein starkes Team ab, ihr erstes Date im Kino verlief hingegen aber alles andere als romantisch. Der Film war grottenlangweilig, lachte Filippi im Interview mit RTL-Moderatorin Frauke Ludowig, 59, ihrer Liebe scheint das aber zum Glück nicht im Weg gestanden zu haben. aus dem Wettbewerben Vielen Dank.